Stufen Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, Blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch Und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben, Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, An keinem wie an einer Heimat hängen, Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise, Und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen, Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde Uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden, Wohl an den Herz, Nimm Abschied und Gesunde. Stufen Stufen heißt dieses Gedicht in seinem Optimismus, Daß man mit jeder Veränderung im Leben Eine höhere Stufe ersteigt. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend Dem Alter weicht, Blüht jede Lebensstufe, Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Ein Lebensabschnitt wird hier gleichzeitig Als Lebensstufe verstanden. Mit jedem dieser Abschnitte Sind offenbar bestimmte Weisheiten Und Tugenden verbunden. Für den jungen Menschen mag das Risikobereitschaft sein Und eine bestimmte Lebenseinstellung, Die vielleicht rigoroser, Fundamentaler als die eines Älteren ist. Es scheint sich also Um eine Variante des Bekanntenspruches zu handeln. Wer in der Jugend Kein Revolutionär ist, Hat kein Herz. Wer im Alter immer noch Revolutionär ist, Keinen Verstand. Nur daß im Gedicht Nicht in Abrede gestellt wird, Daß einen umgekehrt Gerade die Altersweisheit Vielleicht zum Revolutionär macht. Es muß das Herz Bei jedem Lebensrufe Bereit zum Abschied sein Und neu beginne, Um sich in Tapferkeit Und ohne Trauern In andere neue Bindungen zu geben. Woran hängt man mit seinem Herzen? An Menschen, Orten, Arbeitsplätzen, Aber auch an Gewohnheiten und Gewissheiten. Diese Verse passen zu jedem Festakt, Der ganz offiziell Einen neuen Lebensabschnitt einläutet, Der zwangsläufig mit einem Abschied Verbunden ist. Abitur, Examen, Verlassen eines Arbeitsplatzes Und so weiter. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Der uns beschützt Und der uns hilft zu leben. Das Zitat vom Zauber des Neuanfangs Hatte mein Bauchgefühl Immer Goethe zugeordnet. Tatsächlich klingt das Gedicht, Ohne sich stilistisch besonders darum zu bemühen, Allein in seiner unverblümten, Unironischen und vollkommen humorfreien Mitteilung von Lebensweisheit Tatsächlich wie aus der Zeit gefallen, In dieser Hinsicht fast noch mehr Nach Schiller als nach Goethe. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, An keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Der Weltgeist ist eine Idee der Philosophen Schelling und Hegel, Eine Art dem Weltganzen Innewohnender, tieferer Sinn, Der sich besonders im Menschen ausdrückt Und gewissermaßen sich selbst Auch im Menschen wahrnimmt. Kaum sind wir heimisch, Einem Lebenskreise, Und traulich eingewohnt, So droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Das ist natürlich viel verlangt, Denn andererseits will man doch In seinem Lebenskreise heimisch sein. Man kann aber auch von mehreren Lebenskreisen ausgehen, In denen man gleichzeitig eingebunden ist, Und wenn sich darin immer wieder etwas bewegt, Kommt das hoffentlich solcher Forderung nach. Wo kämen wir sonst hin? Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde Uns neuen Räumen jung entgegensenden. Das ist nun wirklich ein schöner Optimismus. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, Nimm Abschied und Gesunde. Nicht nur Erschlaffung, Sondern sogar Krankheit Birgt das Verharren in einem Lebenskreis? Der sinnsuchende Hesse Spielt mit diesem seinem Alterswerk Auch auf seine religiöse Neuorientierung an. Vielleicht haben wir am meisten von diesem Gedicht, Wenn wir es vor allem als Begleitmusik Zu unvermeidlichen Veränderungen verstehen, Als eine wunderschöne Festrede, Die das Positive daran hervorhebt, Ohne allen Gästen des Abiballs gleichermaßen Ein Überdenken ihrer Lebenssituation abzuverlangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.